Also Lieberer jetzt bei drei Fouls, sieben Minuten gespielt. Schöner Vorstoß von Nemanja, Radio Neustadt. Das ist natürlich Pech für die Grazer. Wahnsinns Tor für Lieberer. Wahnsinns Tor. Der Gegenstoß, Liberta, Dinic. Im Doppelpass, muss man ehrlich sagen. Toll fertig gespielt. Routiniert fertig gespielt. Auch da. Gut gemacht vom Schlussmann. Toller Pass. Aber Keeper passt auf. Wichtiges Element im Futsal. Jetzt kann er allerdings nichts machen. Weißenbrunner. Dominik. Und Miralem Golac. Angesprochener Goalgetter. Alex Wiestowski hat ja gesagt, die trainieren das auch. Jedes Training. Unglaublich wichtiges Element im Futsal. Und jetzt die Gefahr, Christian Basic. Und tatsächlich der Keeper von Liberta trifft. Nach dem Fehler. Und jetzt die Gefahr. Christian Basic. Trifft. 1,50 noch. 5,2 Libertar. Und 6,2 Libertar. Setzt sich da großartig durch. Macht auch. Dinic mit dem 7,2. Sicherlich zu hoch. Das Ergebnis ist nicht unverdient. Sieg für Liberta heute. Aber 7,2.